Guten Morgen, ich habe eine neue Schülerin für euch. Das ist Lilly. Hi! Wenn du Hilfe brauchst, frag Samantha und Lia. Aber deine Sitzpartnerin ist Kathi. Guck dir die mal an. Ja, war voll hässlich. Lilly! Guck dir die mal an. Ja, voll hässlich. Komm, die kriegen wir. Ah! Hä? Wo ist die denn hin? Alles okay? Danke, du hast mich gerettet. Gern geschehen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Zusammen klären wir das mit den Zehnten. Wenn das nicht klappt, dann haben wir immer noch Plan B. Du bist eine tolle Freundin. Julia. Vanessa. Jasmin. Und Daniel. Ja, das ist, dass ich jetzt. Joer man sagt, ich esse. Nein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020